ja volles gesicht muss brennen das schön wenn du mal brennst ne also dann nehme ich noch das schutzschild ach jetzt steht es wieder jawohl ich mag es wenn es steht steckte gleich noch ein teilchen strom ein arsch so wir fliegen ist diese linie entlang dreidimensionale hochkomplexe linie und sesam öffne ich bin nicht gut oder was ich habe wenigstens keine raketen nicht die dinge bekämpfen könnte naja hier sehe ich ein bisschen schwarz das heißt afroamerikanisch du sposti scheiß rechtsradikale wollen doch politisch politisch korrekt bleiben ah sesam was da was zur hölle da kann noch eine richtig den habe ich ganz vergessen da kam mir noch einer von hinten stirbst du bitte danke jetzt habe ich nur noch 30 fragen warum auch immer ist mir aber auch scheißegal ich bin ja nicht so ein loop wie dämon von daher ich kann auch mit zehn frames noch spielen jetzt schnell zum reaktor dann hol ich mir einen neuen schild komm schon flieg in die luft und gib mir ein schutzschild jawohl und den kristall vom gegner werde ich mir nicht tun denn der hat überknarre schlechthin die ich nicht bekomme nein ich bekomme nur die billigversion davon dröhnen sie nicht über der aktor herum schlüssel nehmen und weg alles gleich muss also ein schlüssel was muss ich mit dem schlüssel dann machen ich nehme erst mal den schlüssel die ausgangssequenz aktiviert ach scheiße ich habe aber den schlüssel und weiß jetzt nicht wo genau ich mit dem schlüssel hin muss aber ich vermute mal ich muss da durch also vermute ich mal komme ich da durch nein das heißt ich muss da jetzt nochmal rein darf man da erstmal vorbeischießen ich habe kein nitro ist nämlich alles da hinten drin wie moment ich hätte auch einfach zurückfliegen können ach fick dich ich habe doch super ich hätte auch einfach zurückfliegen können fick dich das sagt man mir jetzt last last life übrigens ja toll und noch 2 Minuten 20 und wo ist dann der ausgang sag bitte nicht hey da liegt noch nitro gute frage wo ist jetzt der ausgang vielleicht ganz am anfang ich habe hier glück und es kommt jetzt nichts mehr da kommt noch so einer ich habe jetzt keine ahnung wo der ausgang ist schau mal auf meine karte karte spiel hier schon mal nicht wie es aussieht ja wofür sollte teleport überhaupt gut sein bin ich wieder hier ist hier der ausgang nein ach wo ist denn jetzt der ausgang mensch ja toll das bringt mir auch nichts wo ist der ausgang ach ich scheide am ausgang finden weil ich ihn nicht finde nein wohl eher nicht da hinten geht es auch nicht raus ja jetzt wäre es vorteilhaft wenn ich langsamer den ausgang finden würde ja ich werde wohl sterben weil ich den ausgang nicht finde schön ich könnte höchstens nochmal da reinjucken naa fick dich und bei der gelegenheit safe ich doch mal ab aus lot 14 weil ich es kann ist hier der ausgang nein wo geht es denn hier raus scheißspiel was ist denn kotzen naa jetzt muss ich nochmal gegen gegner kämpfen ich habe übrigens raketen ja es geht immer was ab hier voll ab ja moment moment jetzt testen wir mal was ich habe ihn weniger als eine müde gesichert und habe wieder 59 sekunden zeit geil das heißt ich habe irgendwie leicht unbegrenzt zeit wenn ich das jetzt richtig interpretieren das heißt ich brauche hier nicht so viel hektik sind jetzt hier rauf da hoffe ich dann werden wir davon jetzt mal ausgiebig gebrauch machen weil ich einfach zu gerne erfahren würde wo der ausgang ist ach halt die fresse so halt die fresse ach komm ich habe es eben auch geschafft kackspiel es backt voll rum ja ich habe wirklich noch eine minute zeit meine letzte minute werde ich es noch schaffen werde ich sterben wir werden es gleich sehen in meiner letzten minute die ich noch habe ich habe ja schon nie drucht ahaha stirb so wir saufen ab in der letzten minute die ich noch habe aber wo ist jetzt der ausgang hier nein das ist gar nicht hier ist kein ausgang es gibt halt die fresse wie gehen die saft games aus fangen wir eben wieder oben an stirb oh ich glaube ich weiß wo der ausgang sein soll vielleicht da unten drin ja komm schon lad Zeit meine letzte minute zu beginnen ach also wie ich sagte meine letzte minute läuft ich mache es anders ich mache es anders lalalalalalalalalala lalalalalala 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 ich fliege da schön oben drüber so wir speichern mal während meine letzte minute läuft und dann schauen wir doch mal nach da unten ich höre Gegner aber erstmal sehe ich einen Gegner ich habe zwei goldbahnen gefunden wie geht es denn da noch lang stirb unwürdiger fast am ausgehen gleich um die ecke ja dann speichere ich nochmal während meine letzte minute läuft also wenn meine letzte minute jetzt läuft und was ist der haken wenn ich da rauf fliege moment hier ist der ausgang jetzt auf einmal moment wenn er immer so ist bin ich mal aus welchem grund auch immer raus geflogen äh 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 23 hä ist jetzt mein spielstand noch hallo 20 menschen noch was anders 22 mensch das müsste sein vielleicht ach ich wollte doch gar nicht raus ich nein ich wollte noch was machen aber statt ich mit null lives das kannst du immer voll vergessen ich wollte doch noch was gucken geht er wieder auf jawohl wenn ich schon jetzt gleich raus geht dann kann ich jetzt ja voll krass vorher noch was äh ich höre einen Reaktor aber den muss ich töten verdammt ich könnte ja unter diesen Gesichtspunkt mal Nitro verwenden Tür aufschießen wie wie in der Realität wenn ich zu meinen Nachbarn gehe ich klopfe nicht an der Tür ich schieße erstmal voll drauf mit meinem Raketen ich glaube fast die kriege ich nicht mehr tot äh die hat mich jetzt zweimal also wenn ich das gerade richtig gelesen habe hatte ich mich zweimal getötet ok ok die kriege ich nicht tot ich würde sagen ich beende einfach passt schon 0 kristalls found so far ich muss nicht alles hinten 2 gold bars found so far 96 kill it of 113 was sollen die denn noch sein schreckt der Panzer noch 2 Milliarden erscheinen und ich habe 22 Minuten gebraucht in 19 Minuten oder so hey ich wollte es noch lesen aber hier gibt es keine Zeitlimit boah Stress oder was ich bin unbesiegt boah oh hast Freunde mitgebracht was bist du jetzt wohl stark was ich bin tot tja mit mir kannst du dich mithalten Garme over ja jetzt machen wir hier zurück zum Hauptgenöe also in Wärmekraftwerk diese in einem Wärmeschacht eingebaute erschütterungssichere Station ist doch weitgehend intakt das Militär nutzt sie während seiner Konfiszierungsaktion als Festung sie müssen den Lavaantrieb deaktivieren um durch die Röhre an die Oberfläche zu gelangen um durch die Rohre achso das Intro wollte ich übrigens mal aufnehmen es geht nicht so wirklich da schütze das Spiel immer ab wenn ich irgendwie Flaps laufen habe fragt nicht warum es ist so ach Muck so Geheimgang sieht man doch gleich kann ich die Kisten zerschießen? ja ist also drin ha 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 wie ich euch ausweich meinen perfekten Skills hüp meinen perfekten Skills nicht einmal bin ich getroffen worden wenn man von dem einen Treffer da absieht aber der zählt nicht und jetzt zarten wir gleich mal wieder ab und dann schauen wir erstmal mal lang fliegen ne Computerraum verschlossen mhm zu sehr einen anderen Weg aber ich bring die Pizza was? wir machen sofort auf kommen sie rein Mensch ich habe übrigens Solaris gefunden mhm und ich hing da jetzt eben irgendwie am Torstück Torangelweg Dingsbums äh Rahmen genau Rahmen ich habe einen Rahmen ich habe einen Rahmen und meine Tür oh was zur Hölle geht denn hier ab was wollt ihr alle von mir? ich will hier doch ganz in Ruhe rausfliegen können wir mal erklären warum hier lauter so Einheiten sind? ich meine angeben ich wurde doch die Erde durch ein Atomexperiment vernichtet oder das Leben darauf warum gibt es hier doch noch so viel? da fliege ich lieber mal nicht rein bei der Gelegenheit könnte ich mir nur das saufen im RUMM Kraftwerk RUMM 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 Naja Klingt rot ihr nutzlosen Fässer da ist ein Schlüssel drin ah das ist diese nein ich will lieber die Pulsar ja ja Full Power Level ne ich mit hallo mein Freund verkaufe diese schönen Lederjacken ach nö lass mal muss jetzt nicht ne ich habe hier einen Schlüssel gefunden der könnte möglicherweise passen aber ich hab nen Schlüssel und ne Pizza das bringt mir einen Schlüssel den ich nicht benutzen kann und kann das kaputt schießen? nein aber ich kann Munition verschließen auch was schönes ich hab ja so viel aber ist geil wohin damit ich fiel auch nichts auf ne nichts gar nichts gar nichts ach komm auf ja ja auch hier steht mal wieder sehr schön das ist wahrscheinlich nur der Schlüssel für die Tür oder so auf ich hab keinen Schlüssel mehr ich hab ich hab ich hab dann fall dann fall an Dingsburgs vorbeifliegen was ist das denn? fliegt doch noch mehr rum ich hörs aber ich sehs nicht es kommt von hinten ich mags von hinten süße jetzt finde ich das schön Scatter was macht der denn? der schiedsordentlich Scat in eine Gegner der spielt Scat mit einem Gegner ha 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 spinns wohl ja ja Panzerung ich hab doch Schild so traue ich den Panzerung ich hab der Panzerung meine ich Dietrich ist verschlossen achso Dietrich ist verschlossen die Tür ist verschlossen egal ich stalle jedes Level einzeln für sich von daher kann ich mir einen Tod erlauben ich werde den Teufel tun es anders zu machen gut ich könnte jetzt natürlich laden aber weißt du ein leichtes Spiel ist das nicht notwendig hey ich kriege doch mal Rack würdet ihr mal aufhören mich zu töten noch bevor ich euch seh? was zur Hölle schießt denn da auf mich? ach das Ding was auch immer du warst und tschüss ach setze ich endlich mal Ruhe ich werde auch keine Secrets suchen nein vergesst es und auch nicht alle Kristalle mitnehmen und Goldbahnen und leck mich am Arsch ok da gehts weiter ich hab übrigens keine ich stelle fest ich hab keine Karte auf Tab aber hätte das sein können hätte das sein können sie sind direkt vorhin da mit in einem Spawn ich bin überlegen oh ich hab noch mehr davon oh ich hätte vielleicht die Muck nehmen sollen nicht die billigen nicht die Solaris die Zielsuchen sind ich hab doch Schild oh ich hab doch kein Panzer oder? ich geh nicht ins Licht geh ins Licht nee da komm ich in den Himmel ich glaub in die Hölle ja hast du stelle ich mir einen Computerraum vor mit Gegnern geh weg es sind unsere Pornos die kriegst du nie beschädigen sie das Computernetzwerk die Sicherheitssystem fickt euch oh mein Schutzschule ist weg System wird abgeschaltet nein unsere Pornos keine Sorge ich hab ein Backup gemacht Und denkt mit. Ich habe eine Goldbahn. Ich bin stolz auf mich. Ich habe alles kaputt gemacht. Bin ich gut. Ich kenne mich eben mit Technik aus. Ich weiß nicht, wie man die behandeln muss. Das ist so ein Roter, der hält mehr aus. Das ist ein Rothaariger. Wow, ich habe so viel Schutzschild. Das ist jetzt vielleicht doch mal ein guter Moment. Jetzt habe ich einen Moment lang Sorgen gemacht, weil er stehen geblieben ist, dass er abstürzt. Aber nein. Alter. Vielfalt so nicht weiter. Ja, bitte. Ich suche es super überhaupt nicht getroffen.